Schlaflose Nächte bei Familie Katzenberger Eigentlich dachte Daniela Katzenberger, 34, mit Töchterchen Sophia aus dem Gröbsten raus zu sein. Das Minikätzchen wird immerhin in den kommenden Tagen sechs Jahre alt. Aber Fehlanzeige! Schlafmangel scheint nicht nur bei Babys ein Problem zu sein, wie die Kultblondine jetzt mal wieder feststellen musste. Denn Sophia schafft es immer noch, ihre Mama nachts auf Trab zu halten. Daniela zieht nachts im Bett den Kürzeren. Ich hoffe. Ihr habt alle gut gepennt. Bei mir geht es so, begrüßt Dani ihre Community in ihrer Instagram-Story. Warum die Nacht etwas bescheiden war? Tja, der Übeltäter hört auf den Namen Sophia. Mein Kind hat bei mir im Bett gepennt. Das Problem ist, sie ist mittlerweile so riesig. Die kommt eher so nach Lukas, dass ich genau drei Zentimeter Platz habe, klagt die gebürtige Ludwigshafenärin ihrer Community ihr Leid. Wenn überhaupt habe sie gerade einmal drei Stunden geschlafen. Als Sophia noch ein Baby war, sei das ja noch süß gewesen, weil sie dann zwischen ihr und Lukas gelegen habe. Doch die fast sechsjährige ist gewachsen und ganz schön aktiv geworden. Da hatte ich noch gut Platz im Bett. Das ist jetzt vorbei. Ich glaube, in ein paar Jahren muss ich dann vor dem Bett pennen, verrät Daniela. Doch zum Glück riecht Sophia nicht jede Nacht unter ihre Bettdecke. Dann wäre an Schlaf wohl gar nicht mehr zu denken. Die schläft ja auch noch so wie ein Propeller. Eigentlich hätte die 34-Jährige aktuell jede Mütze Schlaf nötig. Denn der Terminkalender ist mal wieder pickepacke voll. Momentan ist sie für Dreharbeiten in Deutschland. Sorry, dass ich mich gerade so wenig melde, weil ich abends auch einfach keinen Bock mehr habe, irgendwas zu reden. Ich bin auch froh, dass Lukas mich dann in Ruhe lässt. So richtig Storys machen bei Instagram? Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf so spät. Spricht Dani offen und ehrlich Tacheles. Noch etwa zwei Wochen ist sie in ihrer Heimat unterwegs. Dann geht es zurück nach Mallorca, wo dann allmählich der Alltag zurückkehrt, und sie hoffentlich wieder mehr als drei Stunden Schlaf bekommt. TVNOW-Tipp für alle Fans von Daniela Katzenberger. Wer nicht genug bekommt von Dani und ihrer Familie, kann auf TVNOW vorbeischauen. Dort gibt's ihre Doku-Reihe Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca zum Streamen.